einen wunderschönen guten tag liebe seele lass gern dein like ein kommentar und vor allem dein abo da für dich ein kleiner klick für mich ein ganz großer und dafür geht es auch direkt los so liebe seite dann wollen wir doch sehen was der tag für dich bereithält und es sieht sehr durchwachsen aus ich bin gespannt ja du bist im drama gefangen befreie dich bewege dich verändere dich und erblühe ganz neu weißt du was schön ist richtig schön zu sehen ist dass du immer mehr reflektion für dich selbst erhält also du bist immer selbst reflektierter das drama ist jetzt gerade ganz wichtig für dich weil ein lernthema zu ende geht du merkst du wirst immer mehr zu einer institution institution du selbst sozusagen und gehst hier in einem seelenvertrag wirklich jetzt den weg des gebens und nehmens im einklang ja du bist nicht nur heilerin oder heiler du bist auch freund freundin und vor allem darf man auch mal wir etwas gutes tun das war in der vergangenheit nicht so und deswegen bist du noch ein bisschen im drama gefangen weil heute dieser karmische ausgleich kommen möchte und das spürst du vielleicht bist du ein bisschen niedergeschlagen vielleicht hast du auch das gefühl irgendwas passiert heute es wird eine veränderung kommen die dich sehr sehr hoch auf ein neues bewusstseinslevel bringt und daher darfst du gerne ins annehmen heute gehen erzengel michael ist mit dabei du arbeitest sehr eng mit diesem machtvollen erzengel zusammen der dich an dieser situation beschützt und führt das ist natürlich gut zu wissen okay mir geht es heute nicht so gut oder ich bin ein bisschen niedergeschlagen mir fehlt so ein bisschen die power ich bin geführt und geschützt erzengel michael sehr stark und wird dir heute auch aufzeigen wo diese lernthematik noch steht wo dieser abschluss stattfinden soll wir haben hier einmal etwas berufliches wo endlich naja entweder in den start oder in die veränderung gehen soll und wir haben hier so eine form der empathie die du wieder für dich kennenlernen sollst weil du sie sehr 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 lange wirklich beiseite geschoben hast aus angst zu sehr mitzuleiten oder eventuell auch zu viel zu viel zu fühlen spüren oder auch sehen und hier heißt es sei mutig und erwecke den krieger die kriegerin des lichts in dir und das merkst du ja diese spirituelle entfaltung mit diesem empathiegefühl die wird heute natürlich jetzt durchbrechen und dass du mutig bist das sieht man hier ja du gehst jetzt wieder in die leichtigkeit du lernst jetzt wieder aus dem anderen blickwinkel dein leben zu führen und somit natürlich für dich ein ganz ganz großes feld der der stärke und fülle zu generieren vor allem aber auch weil du dich für etwas entschieden hast was dich langfristig sehr sehr weiterbringt und das ist natürlich gut wichtig hierbei ist aber deine ziele sollten heute so klar wie möglich formuliert werden dass die lernthematik und das resonanzfeld was daraus dann entsteht gleich richtig greifen kann da haben wir das gesetz der anziehung bisher genossene beziehungen und aktivitäten verändern sich jetzt weil du sensitiver und bewusster für energien bist bisher einfach nur eine grobe zusammenfassung des orakels bis jetzt sehr sehr schön wieder wie stimmig das ist es geht hier natürlich aber auch darum dass du weißt diese veränderung kann ich jetzt selbst hervorrufen ich habe diese schöpfer energie in mir ich kann dauerhaft wenn ich mich selbst schütze und alles mal aus einem anderen blickwinkel vielleicht auch aus der art der perspektive betrachte dass ich hier diesen seelenvertrag dann voller freiheit gehen kann und voller fülle annehmen werde und das bedeutet dann dass das gesetz der anziehung bringt dich jetzt in deine fülle weil du selbst auch wieder dran glaubst und da kommt es natürlich du erfährst spirituelle entfaltung gehe neue wege und öffne dich für neue erfahrungen diese neue erfahrungen sind vielleicht am anfang ein bisschen seltsam aber sie werden dir sehr sehr gut tun und ich auch auf oder dir aufzeigen dass alles jetzt in einer treuen art und weise in einem treuen weg vonstatten geht und das ist ganz ganz wichtig denn das ist ein erfolgsversprechen für all deine beziehungen die du jetzt eingehst egal ob familiär partnerschaftlich oder freundschaftlich alles geht in harmonie ein auch geschäftliche zwecke werden jetzt gefördert und vor allem wirst du deinen geschäftlichen sinn in deinem spirituellen sinn vereinen wollen damit auch du deinen heiler heilerin rauslassen kannst denn die kriegerin oder der krieger des lichts steckt auch in dir ja und da kommt dann noch die liebe mit ins spiel das ist klar weil das resonanzfeld baut sich ja so auf wie du dich auch fühlst am morgen richtig schlapp und dann geht es in den tag hinauf hinein rein in den zwittingsflammen prozess eventuell aber die zwittingsflamme ist auf jeden fall mit dabei zu der antwort auf deine frage gehört eine spirituell orientierte liebesbeziehung und diese liebesbeziehung wird wahrscheinlich in den morgigen tag reinlaufen wir lassen uns überraschen also bleibt dabei abo da lassen und ganz viel liebe für dich